L&T Virtual Soundcheck. Virtuelle Soundchecks sind als Prozedere bei heutigen Touring-Veranstaltungen nicht mehr wegzudenken. Bereits bevor der erste Musiker auf der Bühne ist, können wir unsere Band von den Aufnahmen virtuell auf Avantis oder D-Live-Konsole zuspielen und können so PA und Raumklang für uns schon mal anpassen. L&T hat dafür das passende Tool entwickelt. Und das schauen wir uns einmal genauer an. Das Virtual Soundcheck-Menü erreichen wir über die I.O.-Menü-Taste und dann unter dem Reiter Virtual Soundcheck. Hier gehen wir letzten Endes von oben nach unten bzw. von links nach rechts einmal durch. Select Port. Hier müssen wir vom gesamten System den Port auswählen, der entsprechend mit der Karte belegt ist, die an unserer DRW hängt. In meinem Fall habe ich im Surface I.O.-Port 5 an diesem D-Live-System eine Dante-Karte verbaut, die wiederum mit meinem Rechner verbunden ist. Die Range gibt hier an, von welchem Kanal bis zu welchem Kanal denn im Record-Send-Modus an die DRW geschickt wird bzw. im Virtual Soundcheck die Inputs überschreibt von den ankommenden Kanälen aus der DRW. Solange dieser grüne Button hier unten inactive ist, ist das ganze Tool deaktiviert. Das heißt, wir können in diesem Moment hier einfach den Patch überschreiben und entsprechend auch ändern. Sobald wir auf Record-Send gehen, wird hier alles geschlossen und in diesem Moment wird der Abgriffspunkt dieser Inputs genommen, direkt Post-Preamp und auf diesem ausgewählten Port an die DRW geschickt zum Aufnehmen. Das bedeutet, dass egal, wo eure Inputs herkommen, egal wie komplex euer Input-Patch ist, dieses Tool nimmt sich immer vom Input den passenden Patch Post-Preamp und schickt ihn zum Recorden an die DRW. Wenn wir auf Virtual Soundcheck wechseln und hier nebendran steht bei mir mein Rechner mit aktivierter DRW und da läuft auch schon die Multi-Track-Aufnahme, sobald wir hier wechseln, wird der gleiche Patch genommen als Input-Patch, der temporär meine Inputs überschreibt. Und schon sehen wir, dass wir hier auf allen Inputs entsprechend Signal haben, überall, wo auf meinem Rechner gerade Signal herkommt. Gehen wir wieder auf Record-Send für die Show-Situation, nehmen wir die Kanäle wieder auf dem Rechner auf. Es besteht also auch keine Gefahr eines Loop-Backs. Was noch wichtig ist bei diesem Tool, ist, dass es komplett entkoppelt ist vom Szenenmanagement. Das bedeutet, dass es nicht die Gefahr gibt, dass wir uns Änderungen an Input- oder Output-Patch in unsere Szenen reinschreiben. Das Tool ist komplett entkoppelt und bildet daher keine Gefahr. Wenn wir hier auf Inactive gehen und sehen, dass einzelne Kanäle keinen entsprechenden Patchpunkt haben, dann laufen diese Kanäle nach wie vor auch im Record-Send- bzw. Virtual-Soundcheck-Modus mit Live-Signalen von der Bühne in dem Fall. Das bedeutet, wenn mein Bassist zum Soundcheck oder vor dem Soundcheck schon kommt, kann ich einfach seinen Patchpunkt hier rausnehmen, kann entsprechend von der DRW aus die Band zuspielen und kann nochmal wirklich dediziert einzelne Kanäle live von der Bühne parallel zu DRW-Recordings bearbeiten. Ich habe es eben schon erwähnt, bei mir ist im Surface IO-Port 5 eine Dante-Karte verbaut. Und wie wir die Anknüpfung zwischen DRW und Dante-Karte realisieren, schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Wir haben hier diesen Rechner per Netzwerk mit der Dante-Karte verbunden und haben die Dante Virtual Soundcard geöffnet. Dieses kleine Programm, nebenbei ist es kostenpflichtig, verwandelt unseren Netzwerk-Port in ein Audio-Interface. In dem Fall ausgewählt mit 64 Input- bzw. 64 Output-Kanälen. Wenn das hier alles aktiviert ist, können wir uns direkt dem sogenannten Dante-Controller zuwenden. Die meisten, die sich von euch mit Dante beschäftigt haben, kennen bereits mit Sicherheit schon die Stärken dieses Tools. Ich möchte hier lediglich jetzt auf die Anbindung einer DVS Dante Virtual Soundcard mit der eben gezeigten Allen Heath Dante-Karte eingehen. Wichtig ist, dass wir einige Dinge genau prüfen, bevor wir überhaupt eine aktive Verbindung herstellen können. Wir schauen uns mit einem Doppelklick die Allen Heath Dante-Karte an und schauen uns zuerst die Netzwerkkonfiguration an. In meinem Fall ist sie als Switched und vor allem mit DHCP-Modus versehen. Dementsprechend bekommen alle Geräte bzw. dieses Gerät automatisch ihre IP-Adresse. Genauso ist auch mein Rechner eingestellt. Auch dieser steht auf DHCP, sodass auch der automatisch eine IP-Adresse bekommt. Das ist der einfachste Anwendungsfall und auch so erstmal zu empfehlen. Als nächstes müssen wir uns die Sample Rate anschauen. Diese ist bei Allen Heath Dante-Karten wahlweise zwischen 48 oder 96 kHz einstellbar. Alle Geräte im Dante-Netzwerk, die voneinander Signale empfangen sollen, müssen eine gemeinsame Sample Rate haben. In dem Fall habe ich mich für 48 kHz entschieden. Das reicht für den Anwendungsfall vollkommen aus. Wenn wir das entsprechend eingestellt haben, müssen wir uns mit dem Thema Clock beschäftigen. Alle digitalen Audio-Geräte müssen miteinander synchronisiert sein. Dafür gibt es die sogenannte Word Clock. In dem Fall ist die D-Live intern geglockt. Das bedeutet, dass ich das Dante-Netzwerk auf mein D-Live-System glocken muss. Ich sehe hier die Allen Heath Dante-Karte und wähle sie als Preferred Master aus innerhalb meines Dante-Netzwerks. Und zusätzlich muss ich in diesem Anwendungsfall Enable Sync to External aktiviert haben. Jetzt holt sich die Dante-Karte die Clock aus meiner intern geglockten D-Live und fungiert wiederum innerhalb des Dante-Netzwerks als Clock Master. Von jetzt aus kann ich im bekannten Routing-Menü die Patchpunkte zwischen meinem Sender und meinem Empfänger setzen. Wichtig ist, dass wir natürlich in beide Richtungen die Patchpunkte setzen, da wir ja sowohl mit der DRW recorden wollen, als auch von der DRW auf das Pult zurückspielen wollen. Hierfür klappe ich einfach meine Receiver und meine Transmitter auf und kann entsprechend hier dann direkt meine Patchpunkte setzen. Das geht dann entweder hier, das ist die langsame Variante, oder wir gehen auf Device Info, machen einen Doppelklick auf die Allen Heath Dante-Karte und sehen hier auch schon direkt alle Subscriptions, die gesetzt wurden. Wenn ich hier aufklappe und entsprechend mit, in dem Fall Apple, Command A, alle 64 zur Verfügung stehenden Kanäle aktiviere und über Drag & Drop hier rüber ziehe, dann werden entsprechend diese ganzen Kanäle auf die Karte gepatcht. Den gleichen Weg kann ich umgekehrt machen, wenn ich mir hier oben über das Dropdown-Menü meine DVS auswähle und hier alle Kanäle der Dante-Karte aktiviere, kann ich auch hier über Drag & Drop einfach den kompletten Patch von 1 bis 64 generieren. Und ab jetzt habe ich kompletten Signalfluss sowohl von DRW zu D-Live als auch von D-Live zu DRW. Mit dem Virtual Soundcheck-Tool könnt ihr die Qualität eurer Show bereits vor dem Soundcheck erheblich verbessern. Wenn ihr Fragen hierzu habt, kommt gerne jetzt auf uns zu.